So, jetzt mal gucken wo das Video ist. Da haben wir es. Ja, wie ausgeregt, ne Andi? So, Andi, komm Windschatten. Überhol mich. Hier Andi. Ja, wir haben gewonnen. Ne, verloren, warum? Wir waren zuerst drin, ne? Ja, Moin, meine Aktivisten, die bekommen Stream. Ah ne, ich hab mal Link geschickt auf meinen Kanal. Ja, muss ich später verlinken, wenn das ganz zu Ende ist. Moin, Ben. Ah, Scheite. Das ist das Ding, das ist das Ding, ne? Ey, du hängst da beim Schild und ich knall da eiskalt gegen, ey. Ja geil, Mann. Ich würde mit dir älter wieder Haftbomben irgendwo platzieren. Oder Annäherungsminen bestimmt. Move eingeholt. Ja, du hast gepanzerte Reifen, ne? Ja. Du auch. Andi, schick dir mal den Link, ne? Da kannst du ja mal rauf gehen. Danke. Ich bin durch. Ich hab's doch geschafft. Ich auch. Ich auch. Ich fahre vor dir. Ich hab's dich geschickt, Andi. Boah, knapp. Ja. Ah, Mann, du. So, Andi. Den Punkt musst du holen. Ja. Erwicht. Ja, Annäherungsminen hab ich glaube nicht mehr. Ne. Aber ist vorbei gekommen. Flo, ich hab ein extra zwei Roten eingemacht. Ne. Du bist lustiger, Alter. War auch hier knapp. Alex, wo ist mein Lottoschein? Aufm Klo ist er nicht. Beim Psychiater ist er nicht. Ja. Nein. Nein. Scheiße. Alter. Ja. Ja. Ah, ich krieg dich noch. Hat der da was hingelegt, Alex. Anscheinlich gut genug. Ich bin durchgekommen, Andi. Ich bin durchgekommen. Wir haben beide wieder respawn gedrückt. Andi, der hat mich. Hat den aber ausgedrückt. Ohohohohoho. Wohohohoho. Ohohohoho. Ohohoho. Der da was hingelegt. habe ich gewusst was hast du gewusst habe ich dich erwischt oder was an die schickte zurück im flug eingeholt ich habe vergessen wo ich meine annäherungsminen hingepackt habe ich darf ja nicht mehr 5 kannst ja maximal platzieren super nein und den punkt noch bekommen ohne witz in der kurve bekommen und die komplette von links einer durchbomben gedrückt am lieb glück gehabt alter ich weiß wo du die haft oder die annäherungslinie genau bei dem bremspunkt genau bei dem bremspunkt und beim tunnel aber hat mich nicht damit in die luft gejagt zu weit geflogen wieder aufgehalten ich habe mir eh gewonnen Also gut, wie über die Annäherung ist mir nur rübergefunden. Weißt du auch noch, wo du deine hingelegt hast? Nö. Ich falle einfach drauf zu, ey. Andi hat mich. Kannst du mir helfen, komm. Du bist ein Terrorist, ey. Du bist ein Terrorist, du. Ich bin durch, Andi. A la Ua. Au! Jawohl. Sehr schön. Weil jetzt geht es um alles, was? Ich bin verunfallt. Was ist das? Hast du es gut gesagt? Ich bin verunfallt. Nein! Nein! Alter! Holy shit, Digga! Holy shit! Hier! Nein! Ja! Runde 6! Runde 6 ist das? Puh! Okay. Besser für uns. Ja, aber wir sind ja auch fast durch bei unserem zweiten Rennen. Also die lustigen Rennen, die kommen noch. Also René, bis jetzt verpasst du nichts. Außer, dass ich Flo die ganze Zeit in die Luft jage. Soll ich ins Ziel fahren oder warten, Flo? Äh, warte mal. Du kannst heil fahren. Okay. Andi, ich habe ihn noch, Andi. Nein, er ist drin, Andi. Er ist drin. Er ist drin. Er ist drin! Er ist drin. Er steckt richtig hart tief drinnen! Flo? Ja? Go, go, MPU, ja? Nicht schon wieder, ja? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Was geht ab? Was geht ab? Oh, Scheiße. Wer hat geschrieben? Wer hat geschrieben? Der, ähm... Hat er den Freundschaftenfach angenommen? Höh... Undi, er hat mich! Hilf mir, hilf mir! Wo bist du? Auf Frontal hat er dich gehabt! Ich bin drin! Tief drin! Richtig tief! Wir haben jetzt so richtig reingeschubbt! Ja, richtig hart tief, Alter. Erstmal das Deck hier. Ja, moin! 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 Oh, was ist die Motor? Oh, was ist die Motor? Komm! Boah, fuck! So, Andi, komm jetzt! Im Punkt rund um uns! Ja, mach mal! Ja, mach mal! Was ist das? Was ist denn da passiert, Andi? Wie war ich Alex gestern? Voll über die Bahn geschleudert! Was? Andi wurde halt nur die Bahn geschleudert im Minus! Ja, gestern wurde ich ja im Austermap geschleudert! Oh! Oh, Mia! Ja, ja! Aber ist doch schlimm nebenbei nicht kaufen zu können! Jo! Jo! Komm mal wieder, ne? Bis gleich! Jo! 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 Muss man das können? Wir in unserem Gewerbe schon! Eigentlich ja! Letztens beim Konzert einfach nur ja gesagt und denen nicht! Ja! Bist du? Einfach Ja und Ahm gesagt und einfach gemacht. War schon richtig. Wir haben Briefing auf Englisch gekriegt. Der Typ hat durchgehend nur Englisch gekriegt, obwohl er Deutsch konnte. Dieser Arsch, Alter. Äh, du hast auch deine Tastatur. Äh, die Fußstaben gibt es auch. Schreib doch einfach fuck your mother. Fertig. War schon. Bin wir da? Ey lol, Alter. Oder I fuck your life. Musst einfach raus, Alter. Ich fick dein Leben. Ja, du assi, ey. Du assi. Ich hab doch gerade gesagt, ich will dein Leben, Alter. I fuck your life musst du ihm schreiben, Andi. I fuck your fucking life. I fuck your fish. Das heißt, willst du mal ein Freund werden heißt das. Das heißt, willst du mal ein Freund werden auf Englisch. Also fuck you heißt schonmal Hallo. So. Genau. Und your life heißt, äh, Freunde fürs Leben. Ja. Und fuck you mother heißt, wie geht's deine Mutter. Grüß dich von mir. Und grüß deine Mutter von mir. Ja. Mein Herr wird so mein Video gesperrt, Alter. Ja. Ja. Ja, will ich auch sehen. Das will ich sehen. Wartet der im Ziel der Camper mit der Minigun. Nee. Natürlich, das seh ich doch. Na pinken Minigun. Nee. Dein Stream. Nein, der Wichser. Wartet der immer noch. Ach guck, Florian nebenbei den Stream. Ja, bei mir. Ja. Ja, so einer ist das also. Ja, ey, ist der kleine Schlingel. Ja. Ich hätte dich beinahe auch angefahren. Hätte nicht mehr viel gefehlen. Wie viel hält da an die Karre aus, Alter? Ich bin ausgewischen. Ja, trotzdem hab ich so viel getroffen. Ich hab nebenbei auf das Handy geguckt, weißt du? Wo du, äh, wo du lang schießt. Dann bin ich aber Spiegelverkett entgegengelenkt, weißt du. Kannst du nicht, ist nämlich zeitverzögert. Der Stream. 30 Sekunden. Scheiße. Ja, das stimmt. Du hattest recht. Deswegen, du. Ich kann die Kommentare zwar vorher lesen, dann antworten, dann dauert das halt. Bis, ähm, die Antwort halt kommt, ne? Ja. Ja. Ja, hört mich nicht mehr. Moin Red Booster. Ja. 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 Oh, Andi, wir sind wie alleine. Das ist nicht so gut. Ja, wollt ihr gleich mitzocken, die Liste, oder was? Ja, ich komm da mal mitzocken. Mach mal ne Runde mit. Ja, dauert nämlich nicht mehr lange, dann kommen die harten Maps. Ja, das ist jetzt ne Aufwärmphase. So, ich geh denn raus, ganz kurz, ne? Ja, ich fahr die Runde jetzt hier schnell fertig. Ja, lad mich gleich mal ein, ne? Ja, mach ich. Oder kannst du über Party turnen? Nee, mach mal besten über Handy, wenn du fertig bist. Weißt du? Ja. Den, äh, X80 Proctor, den hole ich mir auch noch, ne? Ja. Das scheint ein ganz gutes Auto zu sein. Geiles Handling hat er, ja. Ja. Aber super worldwide ist er nichts. Super worldwide haben wir auch noch mit drin, ne? Ja? Ja. Also, da kommen noch ein paar schöne Maps. So, wir wollen mal Geld einzahlen. Und der Flug. Oh, den Punkt noch rechtzeitig bekommen. Aber bist du auch fast rausgerutscht aus der Kurve? Ich bin, als ich das Rohre rauskam. Ich hoffe. Alex, wenn du fertig bist, kannst du ihn einladen. Ich bin in der, auch in der Lobby. Alter, was ist das denn? Ja. Rockstar kann anscheinend auch keine Maps bauen. Schon das zweite Mal, dass ich in irgendeiner Map hängen geblieben bin. So, soll ich reinfahren oder warten? Ernst? Ich bin da auch hängen geblieben, ey. Ich bin da auch hängen geblieben, ey. Fahrt drauf zu. Okay. Ich bin nicht mehr so weit von dir entfernt. Kann man dann sagen, wo ich grad hängen geblieben bin? Wat? Ich bin grad von der Brücke, die ist kaputt, weißt du? Kannst runterspringen. Okay. Okay. Ich bin mit meiner Haare hier oben hängen geblieben. Lol. Ah, wo, wo? Im Kantstein, Niki. Lol. Acht Minuten. Niki in ihr erinnert, ey. Da fährt er echt mit seiner Haare um die Gegend. Ich weiß gar nicht, wie viele Rockstar Maps jetzt so kommen. Wie viele Leute schauen denn jetzt schon zu? Mir? Ja. Drei. Digga, drücken mal fortfahren. Ja. Alex, holst du mir grad zu? Ja. Ich findest mein geclitchtes Outfit? Mega. Du bist du sein gleich ne Einladung kriegen. Ja, hast mir geschickt? Ja. Du bist auch rausgegangen. Jetzt kam die. Jetzt hab ich eine Einladung bekommen. Ja langsam Ich geh mal kurz aufs Klo Ruf hier ab Beide viel Zeit haben wir nicht Wie viele Rennen sind das denn noch? 10 Und was kommen Waren die guten schon oder kommen die jetzt erst? Die kommen noch Ich nehm T20 Hab ich auch Kann man nix falsch machen Ja Aber Flo sie nicht beeilt hat eigentlich eine Kackhase Yes Ich hoffe er hat ne Kackhase Ich hoffe ihn So ne Er hat seine Standardkarre Die nimmt der immer Ja Lass aber mal auf mich warten Er wird auch Ne ist er nicht So bin wieder anwesend Geht los Dieser Stream wird unterstützt von Perdica Und Booster Elegy Weil ich das gesagt habe Hahahaha Ah geil 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 Oh Renni Hättest du dich weiter ein bisschen anstoßen können? Renni ist da einer getrunken? Warum? Nein Da wäre er komplett runter geflogen Alter Hat schon krasse Korven hier ne Auf jeden Auf jeden Ich weiß gar nicht ob das noch eine Map von Voxer ist Ich glaube nicht mehr Oh das war knapp Willi Da ist auch Da ist auch Scheiße Null Ja genau Gute Er wollte uns kaputt machen Will ich gar nicht Digga Er will dich kaputt machen Ich doch nicht Fass Fass Digga Nein Ich glaube der Alex hat hier uns versucht zu rapportieren Er hat irgendwie für irgendeine Scheiße gebaut Nee Wird er niemals machen Ich weiß nur wie man fahren muss Ab Er hat bestimmt Haftbomben ne Oder Angereiten Ne Ne wie denn Er hat locker gerade mal zu bekehren Kannst du mal für die gehen? Ich dachte dann machen wir das gleiche Irgendjemand hat mir gerade in den Kommentar geschrieben Ich kannst du leider gerade nicht lesen Ich bin Sam Moin Wie geht's? Wie steht's? Baum Habe doch gesagt Baum Wer hat's denn nicht geschafft? Mr. M Wo ist M? Mr. M Wo ist M? Mr. M M&M Alter Lauf bei euch Hast du dich gerade selber in die Luft gejagt oder was? Ja Warum? Wusste ich Alter War dazu gezwungen Jaja Hast was gegen zig gefährdete Menschen? So echt Gut Und da war ein Baum Hast du ihn gesehen? Hahaha Nein Ich hab ihn nicht gesehen Hahaha Ah geil Natürlich hab ich diesen Baum gesehen Ich hab doch echt zum Baum gerufen Scheiße Da war ne Wand Hast du die Wand gesehen? Ne Hast du die Wand gesehen? Ne Die kam einfach raus zum nächsten ne? Ist so Ja Andi da hast du wieder recht Ein Wort mit zwei Buchstaben Ist so Ja Wie gesagt, da kam ein Kommentar Spielst du noch Rainbow Natürlich spielt ich noch Rainbow Das lasse ich natürlich nicht außen vor Du Ich bin jetzt glaube ich Silber 3 Ich muss meinen Augenblick wieder hoch arbeiten Wir müssen auch noch zusammen Rainbow Six Was? Das ist ein Fußball vor Alex Alex Du bist nächsten auch Rainbow Rainbow Ja Lass mal einen Rainbow Six äh Screen demnächst machen Aber gute Warnung Ich spiel am meisten noch ran Ne Okay Das heißt da gehts um die Wurst Da gibt jeder sein Bestes was er hat Und lass uns doch mal so ein Ding hier machen Was wir sowieso immer gespielt haben Wir sind mal hier Ja Alex nicht dein Ernst Ja Ja Ich wusste das ja irgendwo pumpen Ja So bad Haha Die andere hat mich nicht getroffen Ja Scheiße Oh Du bist so ein Asi Alter Ja 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 Digga ey Wie muss man hier aber aufholen Ich könnte wohl es so weitermachen Ich könnte wohl es so weitermachen Warum? Ja eben nicht Ja Wie geil Du hast doch gar nichts gemacht René Na Nee War noch nur ein paar Pumpen Ich bin fast jeder bis rein gefahren Nee Einer Eines Dings Neben mir Ich hab aber auch gesagt fast Nein Nein Oh Die selbe Stelle Die selbe Stelle Da bin ich raus Ja Aua Jetzt fahr ich auch wo ich fahr ey Ich fahr jetzt immer noch ein Stück lang rasen Wollt du Zeit lassen? Nur Vorsprung Und tausendmal habe ich euch das gesagt Warum? Bitte mit dir Alex Alex hat auch irgendwo einen hingepackt Nö Du hast das Gefühl Der hinten war mein letzten Ich hab keine mehr Ich hab keine mehr Irgendwo eine Rohre Ja ich hab den Baum nicht gesehen Da kommt irgendwas aus nichts Nö Was bin Alex zu Oh du hast einen Penner ey Du hast einen Penner ey Hahahaha Du hast einen Asen Hahahaha Jope ich bin eigentlich kein Erster geworden Der läuft Der läuft Der läuft Ja wir ballern uns hier hinten ja auch ne Das Süder Starry Es ballert ballert Shalamu alaikum Arbi Shalamu alaikum Arbi Shalamu alaikum salami Und Andy, läuft bei dir? Danke Mr.M, ich lese gerade und die Wand und ich fahre voll gegen die Wand Oh, du Arz! Du Stück Scheiße, alter Du Stück Scheiße Da sehe ich das selber im Stream, wie das aussah Diese Stück Scheiße Alle mal Disliken, ey Alle mal Disliken, für diese Aktion Weißt du, ich lese einfach nur gerade im Spiel Bis hier die Tür vorbei fällst und drückt den Knopf Bumm So, ich bin rein Ah, kein Hültiger Ihr habt Spaß, ne? Auf jeden Also eher Alex, ne? Hast du den Baum gesehen? Und die Wand Ah, der war gut Der war gut Der Flo muss auch mal den T20 nehmen Ja Guck, ich hab sogar unge-tuned gefahren Hm? Ich hab ihn sogar unge-tuned gefahren Na, siehst du mal Na, siehst du mal Ich meine, er war voll getuned Oh Mann Aber wir haben uns die ganze Zeit über Kasper Guten Tag, bis drüben wieder Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab dich wieder stumm geschaltet Ich hab dich stumm geschaltet So, machen wir diesmal mit wetten oder wat? Was ist das denn? 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 Ich hab die ganze Zeit nicht gemacht, Alter Lol Was ist mit euch passiert? Mann, wir sind alle geschwommen Alter, ausgewischt Alex Alex, ich komme aus Das war so episch, wie ich ausgewischt bin Alter Ja Ich wurde ein Ich wurde nicht dich Wollte ich auch mal sagen Alter, springst du hier falsch, springst du runter Nur mal so zur Info Äh, ist Pfeifen? Nee, ist Pfeifen Keine Ahnung Scheiße Hab ich doch gerade gesagt Springst du falsch, klickst du raus Nee, ich bin ein Stop-Shirt gezogen Achso Na, gefahren Da kann man Da war ein Stop-Shirt Ja Echt? Ja Hab ich nicht gesehen Nee Ach, guck mal Klo Hätt ich da mal gewartet Klick ich da rüber, klick ich da rüber Ja 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 ich bin mit mir du Was? Die hat Klo nicht bekommen? Ich hab Klo auch so geschossen, also Was? Hab ich doch vorhin auch gehabt Ich bin verarschen Nee, hab ich mir noch nicht geholt, Miss Sam Oh, ich hab mein Münster-Cram in die Luft gejagt Oh, kann ja mal passieren Oder Alex? Ja, alles in Geld Wir müssen alle bei Alex ein Like dalassen, dass er gerade Klo die Luft besprengt hat Da ist jemand Like geil, ne? Ja, du hast kurz gesehen, Alex Fast Da sind zwei Leute Like geil Wer ist denn Like geil? Klo Du Sieht doch nicht mal Alle mal einen Daumen dalassen, ne? Alle mal einen Daumen Ja, bei Alex Ich hab Flo erwischt Ich hab Flo erwischt, wie geil Und deiner behinderten Annäherung ziehen Nee So weit hinten kannst du gar nicht sein Ich hab alle da platziert, wo du gestorben bist Nein Hält's ab Hält's ab, Digga Oh, ich hab ja noch eine Oh, ich hab ja noch eine Oh, ich hab ja noch eine Dann lohnt sie nicht mehr Nein Soll dir Danke aussetzen für die Füße Und dass wir die Party aussetzen dürfen, damit die hier nicht verhalten können Weil wir haben Partyprobleme Was? Ja Nochmal bitte Klo Ja, kein Problem Ja, was denn? Ne, es kam vor uns zwei Leute hinzu Und die haben jedes Mal Partyprobleme Und die haben diesen scheiß Nacktyp Und bei mir und Andi, wenn wir beide an einer Party sind, dann klappt das Kündigerweise bei den beiden Ist ja kein Problem, sollen noch drin bleiben Ihr habt ja auch gestorben Die haben uns auch aufgestorben Undi, kann's euch ausrichten? Kein Problem Andi, kann's euch ausrichten? Kein Problem Los Leute, fahrt rein Will die anderen Maps haben Will die anderen Maps haben Will die anderen Maps haben, die Lustigen Ich hab mal wieder gewonnen Ja, das hier sehen wir noch die Einfachen An der Schere? Ja, da kommt noch Schwere Ich stoppe, man, derzeit eine Kicke Aber ich will auch eine rauchen, Digga Ja Ich will mich drehen noch für eine Season Ich muss warten, bis es jetzt ist So, ich öffne erstmal jetzt ein Rooster Energy Drink Danke René Ja Ich klingt auch an Clayton Energy Auch ein Rooster? Ja Da gibt es ja von Affencrime im Moment So eine Verlosung Satirische Schleichwerbung Der 42 Ja? Wird der Leipzig automatisch hochgeladen? Ja Kann's auch einstellen Ich würde das ja hochgeladen haben Ja würde Ich möchte es ja Unfaire Spieler Was sagst du? Unfaire Spieler Wer? Richtig? Du musst unverlässchen Ja, ich kenne noch Koshi Den kleinen Wechse Was hat da Ihnen grad jemand im Stream geschrieben? Ach die Das äh Koshi Das klingt wie so ein Frosch Das hatte ich mal nebenbei reingestellt Einfach auf bereit rücken Was ist das? Ah nix Mach mal Da hatte ich lange Weile gehabt Gut Alex Ich weiß schon was unsere Aufgabe ist Ja Ah er auch einer Im outen Panzer Ah, der hat ihn. Mein neues Team kennt mich wahrscheinlich. Zwei gegen einen? Ja, auf uns auch mal abmachen, ne? Wir zocken halt nur zu dritt. Okay, das war ja auch fies, ne? Ja. Deswegen hab ich auch nur eine Runde gemacht. Oh, danke für den Like. Bitte sehr. Ich weiß nicht, ich glaube ab jetzt müssen die richtigen Maps kommen. Lesen wir gleich. Was meinst du? Richtige Maps? T20? Ne, zum Beispiel so ne Map. Zum Beispiel. Ne, mein jetzt T20? Kann ich dir nur empfehlen. Ja, aber da steht irgendwas von Sontorne mit bei. Kannst du auch nehmen, aber ich würde halt lieber den T20 nehmen. Außerdem, da gab es den T20 nie als die Map erstellt worden ist. Aber die ist ein bisschen hakelig. Aber die ist ein bisschen hakelig. Ja. Na gut, damals hab ich's dir noch nie beendet, auf der PS3. Zwei müssen das ja beenden. Ich weiß. Es wird definitiv ein Spaß jetzt. Mit Schatten bringt ja nichts. Zwei Rockmatter. Du bist ja erstmal auf das Park auf Deck, ne? Ja. Oh, scheiße. Hättest du ja vorher sagen können. Da kommt man sehr scheiße hoch, sag ich dir schon mal so. Ja, ich weiß. Ich bin drauf. Ich bin auf das Park Deck. Ich auch gleich. Ich auch gleich. Was denn? Das ist halt noch von der PS3, ne? Oh, guck mal. Warte auf. Flo, wo bleibst du denn? Ich hab versucht, den Aurora Road zu fahren. Schau. Komm, 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 komm. Oh, komm, 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 komm. Ich hab's. Ah, scheiße. Aber man muss richtig viel Speed hoch, ne? Nee. Ich gerade? Du musst später springen, ja. Halt mal Ego-Perspektive vielleicht. Als ob, ich hab ihn fast geschafft, Digga. Echt? Ja, Mann. Ah, fuck. Fuck. Ich bin an der Kante weggerutscht, ey. Ego-Perspektive kannst du vergessen. Ja, ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den Punkt. Nice. Ja? Ja, klar, Mann. Oh, ich lande auf dem Vordach. Nein. Scheiße. Doch. Ich hab leider auf dem Vordach gelandet. Hallo Alex, hast du mich gesehen? Ja, weh. Komm, steh in den Lübel. Oh, ich hab ihn auch, ich hab ihn auch fast geschafft. Ohne Witz. Ich hab ihn fast geschafft. Ey, der nimmt eiskalt Fallschirm. Dieser Cheater, ey. Ich hab nichts gemacht. Hat er den Fallschirm genommen? Ja, er hat den Fallschirm genommen. Ich bin hochgelaufen, das war ne Leiter. Ja, er dauert uns zu lange, Alter. Wir haben nur ein paar andere geilere Maps vor uns. Ein Lauf gut? Außerdem, wir haben noch ne Runde, also macht das ja nichts. Wieso habt ihr keinen Fallschirm? Weiß ich nicht, hast du vielleicht keinen gekauft? Doch, hab ich. Dann pack ihn nochmal aus. Ja, sorry. Für den Herr Ellmann war noch nicht da. Wichser. Wichser, wichser, ey. Er hat jetzt die Scheiße noch gesprengt. Na, Flo, hins Fest, ne? Wo steht er? Na, du hast Platten. Hm? Hast du Platten? Ja. Du? Das ist nicht dieses scheiß Leiter, weißt du. Jetzt gib Gummi da, gib Stoff, Junge. Oh, ich geh glaube ich zu weit. Oh nein. Nee, ich hab den Punkt. Yes. Kann ich von unten einsammeln? Nein, natürlich nicht. Ah, super, Digga. Oh, er hat auch zwei Runden eingestellt, ich glaube es nicht. Ja. Oder? Ja, hab ich. Also, ein bisschen Spaß muss er sein, ne? Ist so. Schwer war er noch nicht, ne? Oh, Flo, hast du einen Fallschirm? Wie nö. Hat er dir jetzt auch ausgefallen? So eingesammelt wie du. Hat er dir jetzt auch ausgefallen? Genau so geholt wie du. Das mache ich. Ja. Oh, sehr schön, sehr schön. Probier's auch mal, ne, nochmal. Also, jetzt müssen wir das fahren mit dem Auto. No, ich bin verkackt. Ich bin tot. Ja, hat er. Und beim zweiten Mal geschafft. Sauber. Auf dem Parkdeck zu landen, ne? Achso. First Try, Digga. Er dachte schon, er hat es geschafft. Dachte er sich wohl. Auf dem Parkdeck habe ich First Try. Ja, ich war am zweiten Mal erst. Okay, ich war zu langsam. Ich hätte es geschafft, aber ich war zu langsam. Und du, Alex? Nö. Okay. Ich bin schon wieder zu langsam. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin es langsam. Man muss nur mit Vollspeed hoch, ne? Ja. Wo lande ich? Wo lande ich? Ja. Mit Vollspeed würde ich es probieren. Habe ich auch geschafft. Ja, ja. Ja, nur am Ende weiß ich, das ist glücklich. Das Auto landet zur Scheiße. Hallo. Oh, Digga. Wo landet das Auto? Oh. Ein Falscher. Nein. Ich habe keinen Falscher mehr gehabt. Ich muss mir und einen Moment gucken. Ich habe auch keinen. Ja, das ist ein Falscher. Das heißt, wir müssen es jetzt schaffen. Das ist nicht, dass wir es nicht sagen. Das hat er wohl auch mit Absicht gemacht. Das war nichts. Oh, Flur, Digga. Du auch? Ja. Ja, du, er mitten auf der Plan. Bleib stehen. Mitten im Worldwide, weißt du? Ja. Nee, Renny hat mich angehalten. Das war das. Renny hat mich angehalten. Ja, ja. Ich war gar nicht mal bei euch in der Nähe. Ich habe mir überhaupt nicht vorher den Weg versperrt, weil er den verpackt hat. Mir reicht es. Ich lande schon wieder auf dem Vordach, ey. Alter, Alex, ist dein Ernst? Nein. Ja, mit dem du sagst es. Aber hier ist eigentlich am meisten der Flohstrand schuld. Oh, Floh scheatet wieder, man hört es. Ja. Da kann Floh ein Lied dran singen. Er ist halt der geborene Cheater. Da scheatet aber noch jemand. Ja. Ja, kann sein. Ja, kann sein. Also wenn ihr das alle so macht. Was denn? Also wenn ihr alle so... Hättest du kein GTA-Rennen einstellen sollen? Ja, komm, wer weiß, wie lange wir da noch hängen, Alter. Vielleicht fünf Stunden? Ungefähr, ja. Vielleicht auch die ganze Nacht? Nee, du, ich bin nicht dran schuld. Ja. Auch Floh geschafft, ihn erst mal. Ja Ja Echt jetzt? Ja Ja Fuck you I can fly Fuck you I don't fly Autos können nicht fliegen Guckst du GTA, Autos können fliegen Nein, ich sag noch einen gewissen Film, in dem es um Autos geht Autos können nicht fliegen, Autos können nicht fliegen Das ist wahrscheinlich ein besonderes Auto, das kann fliegen Ich bin mal gespannt welches Mal was nächstes kommt Das ist aber unlogisch Ne, das ist nicht unlogisch Das ist Zukunft Ne Lügen darf man nicht sagen Ne Ne Ja, ich Na, ich nicht Ich hab den gebaut und hab ihn verkauft Ich hab den gebaut und ich hab ihn verkauft, Angi Mit Rene zusammen Mit Rene zusammen, ne? Ne, Digga Ne Was kommt jetzt, Alex? Super, Digga Ah, ich seh schon Ah, ich seh schon Einen dicken War Ride Ja Ja Habt ihr Angst? Für euch los Ne, das nicht Ne, das nicht Aber du kommst noch keine Maps mehr, die wirst du mehr Aufmerksamkeit brauchen Wir sind die T20 Gang Alles, du aller Bauer, ne? Guck mal Ja, ja Scheiße, fang denn hin? Ah, das kennen wir, das kennen wir, Rene, das kennen wir Wir haben's geschafft, Rene Ah, fuck, Digga Was? Was kennt ihr? Weißt du noch, Rene? Ja, ich kenn das Bist du gleich beim ersten Mal, beim zweiten Mal geschafft, zusammen Ja Nein, Digga Ich und Rene kennen das Ich bin schon wieder falsch abgebogen Ich bin die Rampe immer falsch Ja, ich bin... Wenn ich die Rampe von rechts nimm, fahre ich links rum Okay Oh, Scheiße, wieder verkackt Ich hab ihn Oder auch nicht Ich hatte ihn schon verschweigt Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Du auch, Rene? Hast ihn auch bekommen? Ne, ich hab alles weggeräumt auf der See Aber aus der See, ne? Nein Nein Ich hab die Container nicht mitgenommen Ich hab ihn Alter Ich krieg den Container nicht mehr mit Ja, ich hab ihn Ich hab ihn schon mal gemacht Ich bin ein Elektroauto Ich bin ein Elektroauto Ich bin ein Elektroauto Ich bin fast aus dem Oh, 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 ohne Witz Ich hab ihn aber noch bekommen Das fährt er immer oben lang Heiße, wo ich ihn hin? Nicht nur du Nicht nur du, René Nicht nur du Ich bin weggeflogen Einfach mal so Ja, ich auch Weil ich da einen Windschatten hatte Ach so, einer Windschatten-Clown Ja, halt's auf, Digga Ich bin auch nach oben gezogen, Mann Ne, Andi ist camping ja, ne? Ja, wieder rausgeflogen Scheiße, von der anderen Rampe Auch die Scheiße Ja, Alex hat recht Das ist immer schwerer Alex fährt ganz weit gegen diese Zelte da, die aufgebaut sind Naja, meistens fliege ich entweder Oben oder unten raus beim Rollride Ah, ich war bei der Hälfte Da bin ich rausgerutscht, ey Bei der Hälfte? Ja, bei der Hälfte Bei den Halben Ja, natürlich wird das immer schwerer, du Ich hab's geschafft Nein, nein Ja, ja, bitte, bitte, bitte Oh, fuck, ey Ich hätte es auch fast geschafft Ich hätte es fast geschafft Bei welchem seid ihr? Bei dem letzten Ey, ich konnte die Map mal so gut, Digga Ja, das Ding ist, ich bin bei den letzten rausgeflogen, weißt du? Andere macht er eine Runde 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 Genau Komm noch, Jungs, komm noch Komm noch Komm noch Zweiter Gewinner, zweiter Gewinner Uh, uh, uh So, Alex, weil dich Das war jetzt ein geiles Rindring, ne? Hätte ich auch nicht warten können, ne? Ich bin da reingeflogen, was soll ich da machen? Man kann vorab bremsen In der Luft Nein Fliegen Weil der Alex, machst du denn noch? Fliegen Den Warwick fahren Nur fliegen, er schöne Das war ein gutes Rennen Ja, kommt ja noch mehr Das war ein gutes Rennen Ich lasse lange nach bei GTA, das geht nicht Komm gleich mal wieder Weil nicht, wenn du bekannte Zeit Und bei den Dingen habe ich damals diesen Elektrosportwagen genommen Diesen Tesla Da habe ich zu Rindring gesagt, ja fahr rein Und bei den letzten WarRide habe ich es dann geschafft, hatte ich noch zwei Sekunden Zeit, aber habe ihn voll verkackt Mein erster Rooster-Energy ist schon leer Mein erster Rooster-Energy ist schon leer So fülle sie auf Mhm Nimm jeder Sauber Und ich habe das falsche Auto ausgelegt, scheiße Egal Wie immer eigentlich, ne? Schreibe, kriege das mehr Spaß Weiß ich doch schaffe Ey, der Türkt Einer, der Türkt Einer Ach René, du Sau Und hat einer eiskalt getürkt, ey Ja, ich nicht Ja, ich nicht Jaa Werde uns beide runtergeschmissen Alex Du hast du runtergeschmissen Ich habe dich runtergeschmissen Ja, stimmt Halt mal Alex Dann müssen wir ja René jetzt nicht mehr jagen, ne? Jaa, komm René Ich bin jetzt aber erst in Zeit verwechselt Wieso sieht man das nicht? Du hast Alex weggedrängt, sodass er mich wegdrängen musste Die beide sind einfach runtergeschmissen Nein, Alex nicht weggedrängt, und ich wollte dich nicht runterfallen Ne Was? Du warst schon auf der anderen Seite Ich habe Videobeweis Ja, ich auch Ich habe es eben gerade gesehen Ich habe es eben gerade gesehen Also hätte ich nicht weggerammt Dann wärst du nicht geradeaus weitergefahren So, Alex, schau mir zumindest Ja, das rennt hier nicht Geil Das schaffe ich mit dem Auto noch Elf mal machen, ja? Ja Goa Goa FDI Ja Alter, was war das denn jetzt schon wieder für Müll, Alter? Ich bin irgendwo hängen geblieben Das kennen wir, das kennen wir Ah Das habe ich mit dem Elektroauto geschafft Sagen wir alle Da war da Andi mit dabei Ne, Andi ist mein Zeige Da wollte er das doch, äh Dass wir es mit dem Motorrad probieren Aber konnten wir leider nicht auswählen Damit er das mit seiner Haarlehmer macht Ich habe den Punkt nicht bekommen, ey Willst du mich völlig verarschen? Ja, ich habe den auch nicht Oh, ich habe ihn jetzt aber Oh, ich habe ihn jetzt aber So, jetzt aber Mit Schmuggies Was? Die Flo-Runden hast du da eingestellt? Überraschung Drei Gut Drei Drei Gut Voila Voila Da flog Da flog Daneben Leider Nein 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 Ich muss ganz ehrlich sagen, das fände eigentlich wieder so ein Ding Das fände ich jetzt wieder voll chillig, Alex Ich weiß Alles gemacht, weißt du Ich weiß Aber da kommen noch maps bestimmt Da kommen wir 2 von 3 Sehr schönes Ding Sehr schönes Ding Ja komm als Aufdecker Jetzt bin ich auch endlich in der 2. Runde angelangt Ich bin Schlange Bei der Rohre von wo wir drauf gelandet sind Weißt du? Wo du das auch verkackt hast Ja ich hab den Punkt aber noch gekriegt Das war der Grund warum ich so weit hinten bin Wow Ich wollte gerade sagen Ich hab mich in diesem Scheiß Rüppling am Anfang noch gerettet Aber bin trotzdem weggerät Ich hätte das auch hinbekommen Genau vor der Rohre bin ich rausgerutscht Mal gucken ob ich dies mehr irgendwo hängen bleibe So endlich Hallo Alter was war das denn man Ich fahr schon mit dich und erschlallert mich da an der Seite raus Ist klar Bist du hinter mir? Ja Bist du hinter mir? Alter war das knapp Ja das hab ich auch gesehen ey Nein ich bin da raus an dem blauen Ja ich bin da auch alter und ich bin schon mit dich Ich fahr jetzt einfach so weißt du Ich fahr jetzt einfach so gerade Jetzt hab ich es geschafft Komischerweise Jetzt schafft man das Ja Ja Ich hab keine Probleme mit dem sein Ich bin das ganz chillig Gucken wir ob man diesen Punkt denn diesmal trägt Ja Meinst du bei der Röhre wo du v-packen musst? Nee Die kommt gleich hin Oder da wo es offen ist Oder da wo es offen ist Da wo es offen ist ne Da wo wir zurückfahren mussten um die Punkt zu holen Ah ja So wie ich höre haben die beiden immer Schwierigkeiten Die beiden im Flug weißt du ne? Ja Die beiden haben Schwierigkeiten das ist gut für mich Ich hab den Punkt im Flug bekommen Vorhin hatte ich Schwierigkeiten jetzt Jetzt fahr ich hier fürs Schmal durch Aber du hast eh so einen Vorsprung Ja ich mach auch alles per 3 ne? Also alles Ja weil du dann äh Gottmut Äh Wo komm auf mir Naja Ich weiß nicht Flo Der schicken muss Da können wir jetzt Andi fragen Du hast 1 Minute und 18 Sekunden beim Vorsprung Ja Ja Du bist weit vorne Zwischen Flo und mir sind 36 Sekunden Also die Sprünge sind auch alle easy ne? Also muss man recht sagen Kein Problem damit Ja ich hoffe da kommen noch die bestimmten Maps Die ich noch kenne Die ein bisschen hakeliger und schwieriger sind Aber in der zweiten Runde ist es jetzt alles einfacher ne? Ja jetzt haben wir Runde 3 Du bist jetzt gerade durchgefahren Alex erst? Ja Ich hab ja gesagt du hast weit Vorsprung Achso Ja das weiß ich Eine Minute Kupf Du machst sogar noch Plus alter Du tust ungetuntes Auto Profi ne? Hast du ein Glück dass die Haftbomben hier nicht funktionieren alter Ja Ja da kann ich mich irgendwie legen Ja da versuche ich mich hinzulegen Ja Die sind einfach weg Doch gut Vor euch ja So schummeln sie ist Alex nicht Ja ja Oh ich sehe den Alex schon auf meinem Map glaube ich Ja Ja Was tust du? Nee Ja Ja ich hab dich jedenfalls auch schon abgesehen Oh ich fahre einfach raus aus einem Wallriff Wo bist du schon? Bei den ersten Wallrides Ich hab dich jeden grad auf der Karte gesehen Nein ich flieg zu weit oder was Nein ich bin zu weit geflogen Nein als ob Digger Als ob Ich bin viel zu weit geflogen Ja was los du Jetzt Er hat Schwierigkeiten glaube ich Ich auch Ja Wo seid ihr denn? Ich komm bloß noch weit hin Ich bin bei einer Ich bin an einer Röhre hängen geblieben schon wieder ey Beim Reinfahren Du ist ja noch nicht so weit hin Wie war das denn hinten? Von mir aus ist da rein plötzlich gebunden Ich fahr jetzt die Wand hoch Ich fahr jetzt die Wand hoch Weißt du? Und mittlerweile bist du 1 Minute 11 hinter mir Und ich? Wie weit bin ich noch vor dir? Du bist 1 Minute 13 ich hab Plus gemacht Plus gemacht du? Ja 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 ich hab auch paar Fehler gemacht jetzt gerade Und Schritt L zugegen Ich hab mal abgesehen dass ich auch Fehler gemacht hab aber naja Ich hab mehr Fehler gemacht zu Ich hab mehr Fehler gemacht zu Ihr musste zweimal respawnen Ich musste dreimal und bei einem Punkt zweimal So Jetzt bin ich gegen Baum gefahren Hm Baum Gut für Alex Hast du den Baum gesehen? Hast du den Baum gesehen? Ja Ja Ne ich hab ihn mitgenommen und du? Das ist gut lassen wir ihn bei uns irgendwo im Gartenarten tanzen Ich bin gleich bei dir vorbei Jetzt hast du wieder Plus gemacht René 2 Minuten 10 Alter Alter Was hast du denn gemacht Alex? Ich wusste noch Gar nix Gar nix Alex schau mal auf die Zeit Schau mal auf die Zeit 21 Sekunden Ja 21 Digga was ist mit meiner Karte los man Ab ins Ziel Ab ins Ziel Oh 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 bitte 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 Yes Nein ich bin genau von einem Punkt rausgerutscht So ein Blumenzeug Haha Ja stimmt wir dürfen keine Fäkal-Ausdrücke benutzen Das sind alle Fach-Ausdrücke Ähm Boah Also das was wir heute schon gesagt haben Solange mich keiner meldet das alles sprüfft Die Spieler benutzen Fach-Ausdrücke Haha Flo Haha Dann musst du halt Ey Dann musst du halt das Video auf 18 schalten Das ist nur der Live-Spiel Ähm Och joa Alex könnt ihr mal Werbung machen Für wem Werbung? Für mich? Na mach ich für dich Werbung To Rooster Energy Äh ich hab selber gerade keinen der zu guckt Achso Oh hast das gesehen René? Was denn? Er verkackte ja ein Er ist ein richtig schlechter Spieler verkackt fast jeden Sprung jetzt ich meine jetzt diese roto blätter weißt du während wir sich bewegt haben einfach durch es ist kaum glauben so die wegen sich aber immer ich zog auch er mehr deathmatch in so ein scheiß weißt du wir sind aber mehr fürs landrennen alle ich musste gleich im ziel sein ich stehe schon vor dem ziel fahrt nur floh fahr rein digga kennst das prinzip eines renns nicht fahr rein jetzt kann es reinfahren ja ja da mit absicht gemacht der arsch deswegen habe ich gewartet ach so ja irgendwann muss ich immer irgendwie muss man explodieren bringen ja bei der gottes hat er recht und wenn die haftbocken mal nicht funktioniert haben muss ich das halt so machen ja das ist schon so ein grüppel ne guck mal nur wegen solche listen habe ich mich an einen tag so 20 30 leppen hochgekommt ich habe ein dyslöcke ich habe ein dyslöcke Ein Disgleich hast du? Jo. Um das? Keine Ahnung. Da machte mich wohl jemand nicht. Welches ist das denn jetzt? Also alle Autos gehen, ne? Ja. Steht da zumindest. Oh ne, ist es das Rennen, was auf Mount Chariot hochgeht? Ich hoffe nicht. Ich hoffe ja. Hier sind wir. Was explodiert denn da hinten? Der nächste Haftbomben. Ah. Klo, hör auf mit dem Scheiß. Was machst du für den Scheiß? Wie mach'n das? Ich weiß, Haftbomben auf uns. Ne, auf Alex nicht, auf dich. Ja, deswegen schieß ich aber auf dich. Ja, es ist dieser Scheiß, dein Mount Chariot hochgeht, Alter. Ja. Klo, hast du zu welchen Glatten? Nein. Hast du dieses? Ne? Davon habe ich sogar ein Video. Ja? Ja. Das ist so scheiße. Oh, wegen Alex. Da brauchst du einmal Alex, wir sind einmal in der Herzen falsch. Aber Flo auch? Ja? Ja. Oh, ausgerechnet hier habe ich zwei Runden angemacht, ne? Ne. Doch. nein doch um das war spaß mit ne manche die große fahne er möchte ganz jetzt zeigen ja was ich mir auch so vorgestellt er ist reisekrocken so lassen wir den nazi aus ausrede ich doch nicht immer so scheiß auto alter so leute ich geht es meine rauchen macht das könnte sein dass ich dir ein paar autos im weg gelassen habe alex das hätte ich jetzt gerne mit einer harley gemacht und nicht mit dem fergius board geiler sprung er fliegt hoch bereits ausgebremst delل de 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 Genau so wollte ich das auch haben. Oh nee. Da hab ich froh, ich hab dich nicht getroffen. Andi, hast du eigentlich viele Leute bei dir in der Doppel-RP-List? Ja moinsen. Hab einen Zuschauer. Moinsen. Ich hab dich eingeholt. Hast du nicht? Doch, ich hab dich jedenfalls einmal eingeholt. Wenn ich das verkackt hätte, wär ich erster. Hast du aber nicht. Ich hasse diese Beine von diesem Ding. Das sind diese Füße. Da bin ich wieder. Oh, man verkackt er jedes Mal bei den Füßen, Alter. Was los? Ich verkackt gerade ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Schon wieder. Ich hab ihn bekommen. 100% Ego gefahren. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein, ich fahr nicht in Ego. Ja. Ja, ja. Dann gar nicht. Ja, Flo, ist ein Ego drüber gefahren. Das weiß ich mir schon. Nein, bin ich nicht. Bist du wohl. Warum sollte ich ein Ego gehen? So kann ich nicht mit der Kamera raus gehen, Mann. Jetzt bist du schon auf der Straße. Nein, ey. Der Flo. Der Flo ist auch ein guter Stühler. Ja. Rutscht runter. Genau. Na ja, ja. Das ist doch eine schöne Runde. Wie hat auch den Machida traurig gemacht? Ja. Ja, ich werde mir demnächst mal andere Mets holen. Ja, ich werde mir demnächst mal andere Mets holen. Ich hatte mir das nicht. Der Flo ist ja gar nicht so weit. Also zwischen Flo und mir sind 3 Minuten noch was und zwischen dir und mir sind 4 Minuten. Der Flo ist irgendwie drin und müssen vor mir. Der Flo hat wohl Probleme mit den Delthof gefahren. Das ist aber auch ein Scheißweg da hochzufahren, das kann ich ehrlich sagen. Ist so. Ja. Und das Auto dreht auch jedes Mal durch bei jedem... Oh Junge. Mein Jüde. Entschuldigung. Entschuldigung. Sieht doch. Oh, ich bollau. Ja, wir sind gerade am Kempten, an dem Berg hier wieder. So, ich bin jetzt erst Runde 2. Oh, du hast Flo eingeholt. Ja. Flo hat immer Probleme hochzukommen. Irgendwie so, aber mein Auto ist ganz gewinnlich, muss ich sagen. Und ich dachte, ich habe Dings gelegt, Annäherungsminen, nein, ich habe Haftbomben gelegt. Scheiße. Idiot. Ach, so ist das auch noch. Gib das sogar zu, Flo. Hörst du das, Flo? Hörst du das, Flo? Ich denke, dass er zu bisschen Haftbomben verlegt hat. Aber ich habe sie nicht gezündet, also seid ruhig. So, ich fahre jetzt wieder in den Berg hoch. Ja, ich fahre gerade in den Berg wieder runter. Toll. Flo ist immer noch nicht oben, sehe ich gerade. Also er kommt gerade runter gesprungen. Flo? Flo konzentriert sich. Aber wieso? Weiß ich nicht. Sag mal, Flo, du. Ich habe ja schon eine ganze Minute aufgeholt. Wegen Flo? Euch, ja. Aber egal, ihr kommt vor mir in den Ziel. Beide. Ja. Oh, nein. Oh, ich bin erster. Zauber. Sehr schön. Sehr schön. Da ist nur noch Flo rein, dann ist fertig. Da ist nur noch Flo rein, dann ist fertig. Flo. Hallo? Flo? Hallo? Flo? Guck mal nach, ob er noch an einer Party ist. Flo? Andi? Hörst du den Flo noch? Flo? Also auf der Karte ist er noch? Ja, ich sehe ihn auch. Er fährt noch. Gut. Ich hole ihn gerade zu, er fährt. Jetzt ist er stehen geblieben, genau vor der Ampel, wieder weiter. So? Hahaha. Dieser Wichser, Alter. Was denn? Jetzt bleibt er sogar an den Ampel stehen. Ja, macht er. Er sagt, er ist anzustehen, jetzt wieder. Er bleibt für nicht, bei der Ampel stehen, wieder. Boah, der Tisch grün ist. Ohne Scheiß jetzt. Dieser Wichser, Alter. Ja. Er hat gleich noch den, vorwärts vor mir. Dann bin ich auch unten an der Straße. Jetzt fährt er an die Tanke und tut sowas in der Tanken würde. Das war das, was ich mir ansehe. Kannst du bei mir ran? Kannst bei mir gucken. Dann mach ich gar nicht. Jetzt fährt er rückwärts, fährt er vorwärts, fährt er kreuzig quer. Und ihr wolltet auch wissen, wie man die Railroad schnell runterfährt, wa? Scheiße, hingeblieben. Also der Flo ist jetzt noch mit dem Ziel gefahren. Super. Ich fahr mal den Alex zu. Nie beendet. Oh, wie auf diese Scheiße. Ja, Flo, du kannst wieder reden. Ey, Flo. Hallo. Das ist nicht mehr witzig. Du machst uns Angst. Wenn es Flo auf Stumm gefällt. Flo auf Stumm. Jetzt hört man die Vier. Was hast du gemacht? Nix. Bin einfach gefahren. Hast du auch gesehen. Ich sag mal. Lateralololololololololololololol. Ja, genau. Die Leute, die auch an ampeln bei GTA anhalten. Ja. Und Alex, du! ist mir konzentriert! Das stimmt! Ich hab' das Netz abzig weck Gabrielle gegeben. Den Warf Man upon von ganz Easy! Du fährst einfach geradeaus durch, du nimmst den Warward, nee, du lässt dich einfach runterfallen, dann sammelst du den Punkt hier automatisch ein Ach, das stimmt, der jetzt auch noch, ja, zumindest in der zweiten Runde, zumindest in der zweiten Runde Aha, so einen guckst du Ich lege mal jetzt wieder ganz kurz das Headset weg, ne? Warum? Weil das dann kenne ich, ich gucke Ich mache erst dann nicht so vielfältig für den Confu rein, bei dir Was? Der Alex hat sogar blaue Haare Ja Ein Tattoo im Gesicht Ja Wie kommst du zu? Warum nicht? Ey, seit wann ist René ein Mädchen-Name? Noch nie, warum? Das lese ich gerade bei Alex in den Kommentaren Immer sind die René schuld, oder wie? Da sind mehrere Renés mit gemeint, du Idiot Wie schnell der Headset weggelegt, ne? Bauer, ey Hast du gehört, Alex? Was? Wie schnell der Headset weggelegt hat Ja Wichser, alter, wichser Was denn? Der Zorn, wichser, alter, hat den Weggerang Ich wollte ihn gerade überholen Geiles Rennen, Alex Ich weiß Ich weiß Wach du Scheiße, muss ich Ach sooo Verstehen Kein Freestyle, ne? Hm? Kein Freestyle Man darf halt nicht auf dem Dings Vom Robert abkommen Ich war auch nicht verstanden, wie ich das machen würde Boah, das mit Headset weglegen hat Flo und Chad doch nichts gebracht Ja Können Sie weinen? Das wäre ja erster Ach der arme Flo Der muss ab und zu mal leiden, ne? Ja Oh nee, alter Ich kacke ab, Junge Bleib mir die Öre rein Oh, am Ende ist es so behindert, man Verkackst du da einmal? Warum am Ende? Wenn du verkackst oder einmal hast, wird gleich alles verkackt Wieso kamst du mir gerade entgegen, Alex? Wieso kamst du mir gerade entgegen? Wenn man da einmal verkackt Wenn man da einmal verkackt Musst du ein Stück zurückfahren Ja Ja Aber der Flo ist jetzt zweiter oder was? Nee, ist doch Nee, ich bin zweiter Oh Ich muss definitiv mal irgendwie einholen Das kann nicht sein, dass du hier alles für das strike schaffst, das glaube ich nicht Er kennt die Map Er kennt die Map Er schafft alles vom ersten Mal Und gibt ihn gar nicht mehr eingerufen Ich drehe doch ab, Digga Obwohl ich noch richtig täglich GTA gesucht habe, habe ich die Map auch, First Try, alles geschafft Alle Maps, die jetzt hier waren Weißt du? Jetzt habe ich auch einmal verkackt wieder Ja Ja, bei mir wollte das gerade am Ende nicht, weißt du, diese automatische Warten Oh, ich kann nicht mehr bremmen Boah, geht's aber Fahrt auch fliegt, ne? Ja, alles klar Ja Da oben fährt der Alex Sie liegen immer mehr weit Ja Jo Als ich wirklich noch täglich mit der Crew GTA gesucht habe Alles kein Problem gewesen, Alter Was hast du denn jetzt gemacht? Wie? Ich habe kein gewundert, wo du warst Ich bin halt geflogen, ne? Was denkst du denn? Ja, hab gesehen So, Flo, du kannst die Hälfte wieder anmachen, du Bauer So, Flo, du kannst die Hälfte wieder anmachen, du Bauer Ich hoffe, da ist noch der richtig geile Map dabei Ich hoffe, dass sie dabei ist Ich hoffe, dass sie dabei ist Ja, mal gucken wir gleich mal WTF, Digga Eine Runde oder zwei? Das sieht lustig aus Ja, mach ruhig zwei Alter, du bist ja fast Level 100 Ja, bin ich Nur der Alex hält den Noch Oh, sorry Ich brösel Ich habe gerade den Link von deinem Video bei mir in die Videobeschreibung gezeigt Dankeschön Alter, Flo, nicht dein Ernst, ey Er lenkt zu links rüber und dann Oh Nicht dein Ernst, Flo Oh, Digga Hatte ich Rauch raus? Ja Alter, er macht es einfach abgefuckt 100%ig Andi, der Flo schweißt und fährt raus, er schrummelt Ja Ja, Flo kriegen wir bestimmt noch Ja, Flo kriegen wir bestimmt noch Ich bin rausgeflogen Ja, geil Ich bin schon wieder rausgeflogen Yo Oh, ich bin schon wieder rausgeflogen Ich glaube es nicht Ich habe es, ich habe es, ich habe es Oh nein Du musst ganz oben raus springen Ganz oben? Ja Ok, los mal Ok, ich habe es Oder auch nicht Ich bin genau hinter dir runtergeflogen Ja Aber dadurch, dass Flo ja kein Headset hat Weil es ja nicht wieder vorankommt Ne? Ja, sehr schön Nein Erstmal nach da oben kommen, weißt du? Ich bin drauf, Alex Hast du es? Ja, ich bin drauf Oh, kommt noch ein Sprung, Alex Sag es doch Was? Das wusste ich nicht so Kommt noch ein Sprung Den musst du auch ganz oben raus springen Scheiße Aber das ist so meine Map, oder nicht? Ja, das ist wie er so eine Map, wo er ein bisschen länger braucht Ich habe ja gesagt, da sind ein paar Maps dabei Ja, 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 oh, fast Also, ich kann dir das so sagen, Alex, man braucht den kompletten Speed dorthin Ich weiß Bloß nicht abbremsen Ne Man muss auch noch rechtzeitig drehen können Ja, das drehen ist nicht das Ding, wenn du weit oben abspringst Ja, ich habe es Ja, ich bin auch drauf, wie sie mich nicht rausgeflogen Ich bin in der Kurve rausgeflogen In der Kurve, weil ich zu viel Speed, dass ich rausgeflogen bin Der Flo hat es immer noch nicht Ja, warte, wenn das geht Nö Oh, ich bin auch noch nicht gedreht, ey Ah, fast Scheiße Scheiße, Scheiße, Scheiße Ich such mal ein Ego Oh, mein Gümer Erstmal nach da oben zu kommen, weißt du, durch diese Scheiß-Sicht, die da ist, ne? Ja Obwohl kein Windschatten von dir, bloß kein Windschatten Bloß nicht Das klingt nicht Ja, 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 ja Komm, nein Oh nein, ich bin rausgerutscht Scheiße Du auch, ne? Ne, ich bin oben drauf Guck mal, wo ich bin Nein, jetzt rutscht ich runter Ah, schade, hat ja klappen können Hätte ja klappen können Scheiße, bin ich hier drauf und fall wieder raus, alter Mann Ich würde ja mal gehen, auch wenn Flo jetzt Headset aufsetzt Nichts sagen, was wir hier, ne? Wie wir das machen Oder ist er schon weiter? 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 Ja, ich bin, oder? Ach, da ist er Ich glaube nicht Ja, da kann er ein bisschen schön leicht Wo bin ich denn hin, ganz genau? Keine Ahnung, Digga Alter, Flo, gib Gummi, Digga Oh ja, oh ja Oh ja, oh ja Danke Flo Nein, ich konnte mich nicht retten Oh, hast du es geschafft? Nein Nein Nein, beim zweiten Sprung bin ich abgeschissen Ja Fast geschafft, Digga Weißt du, die ganz harte Kurve am Ende, weißt du? Da bin ich abgeschissen Zu wenig Speed Ey, Alex Ja Versuch mal hier runter zu rollen Mal einen Tipp für dich Oh, danke Flo, Alter Ach, wegen ihm das nicht kackt? Hm? Wegen ihm hast du verkackt? Ja Oh, die Steuerung ist aber hier anders, ne? Weißt du das? Angenehmer, ja Oh, wo muss man denn da ganz hin? Na ganz oben Wo ist denn der Punkt, ey? Ey, ich krieg das Auto nicht zum drehen, ne? Im Sprung, dreh dich hin Echt nicht? Echt nicht? Wie auch gesagt, ich krieg das nicht mehr Oh, fuck Also so ist angenehmer, weißt du das runterfahren Ist viel angenehmer als wie, wenn du die Looping nimmst Da ist keine Drehung dabei, das meinte ich Da, man muss selber drehen Das macht ja nix Da krieg ich ja hin Ja, ne das krieg ich ja nicht hin Schick immer genau irgendwo rüber Und? Torsprung und? Ich hab Punkt Ich hab den Punkt Ich bin durch Nein Oh, ich bin durch Wo bist du abgesprungen? Oben Das ist wurscht Das ist ein Torsprung Du musst so perfekt abspringen Ah, ich hab den Punkt Ich bin sauber Danke Und Flo? Danke Nö Flo, war krank Ja, Mann, Flo würde nur vergacken den Punkt, ganz ehrlich Das war eigentlich auch schon Das war eigentlich auch schon Der Flo weiß eigentlich nicht wie es geht Nö Moment, der Crime hat das Spiel verlassen Wieso? Flo hat das Spiel verlassen Der kein Bock mehr Wieso? Echt jetzt? Ja Na, warum das denn? Ich war ihm wohl zu hart Nee, ne Das war ihm wohl zu schwer Und das ist noch nicht die schwerste Möp, die ich kennt Er hätte die Eiskalp verlassen gegen den Sprung Ja Oh Flo hat verlassen gegen den Sprung Gegen Alex haben wir es geschafft Hätte er mal seine Headset aufbehalten, du Nee, nee Oder hätte er mal bei den Sprungen geguckt? Nee, nee Boah, der Flo, ey Magma ist Flo geil drauf, ey Verlässt ja, das war eigentlich für die Party Äh, steh ihm das Rennen Junge, Junge, Junge Na kommen wir noch ein paar, dann haben wir halt unseren Spaß Ja Ja, hau, da wird noch live Einen Zuschauer Hab ich immer noch Ja, das bin ich Nee, kann auch noch einer Das zwei? Ja, mch haben wir uns auch noch vorbei Mir wird gesagt einer Nee, jetzt bei mir auch einer Jetzt bei mir auch einer Das bin ich Jetzt bei mir noch einer Bei dem Sprung ist das Müll Du weißt nicht, wo du lang musst richtig Ja, doch Ich bin einfach gerade raus Nee, nee, nee Du darfst noch nicht Nee, nee, nee Hast du ihn geschafft? Hast du geschafft? Direkt hinter der Burg, äh Berg Da geht es weiter Du musst da durchbreiten Hast du ihn schon geschafft jetzt? Was? Du musst doch bei mir hier oder nicht? Ja Ja Andi, kannst du mal den Flo schreiben, von was denn los ist? Ich hab ihn Du musst halt da durch den Reifen springen Ja, hab ich In die Tube rein, ne? Ja, bin ich Super Ich hab mich leider überschlagen Was ist denn mit Flo los? Ich hab keine Ahnung Hast du auch den Punkt? Ja, hab ich Weil bei mir gerade die ganze Lärze angezeigt worden ist Was ist denn das Flo los? Wann kommt er nicht mal wieder? Ich hab keine Ahnung, Digga Ich bin jetzt mal verkackt wie die Bageljohrotsch Ich glaube, er ist ausgelassen Dann kann er aber wiederkommen Ist doch noch eine Party drin? Andi, ist er noch in der Party? Ja, ist er Ich guck gerade, ob er überhaupt noch GTA spielt, aber Ich glaub ja Wieso kommt er nicht mehr? Was ist denn los? Keine Ahnung Ja, Alex wird noch zwei Runden angestellt Ja Wenn wir uns das Spaß haben Genau Auf jeden Fall ist ein Blöd von Flo Ist so Zuerst uns hier dickfett weglammen, weißt du Und dann beim Sprung einfach rumholen oder was Ich soll mal wiederkommen Was ist denn los? Oh, fast fast 3, Digga Fast Alex, ich hab fast 3 geschafft Nice Doch, fast 3 Nice, Digga Alter, was ist denn mit ihnen los, Mensch? Die Zahn haben wir ja nichts, ne? Ne Was ich wüsste, ich hab dir falsch gesagt Ich hab auch geschafft Am zweiten Mal Sehr schön Ich aber halt mit meiner Taktik, weißt du? Ja Ich bin das Mal durchgefahren Das hab ich vom ersten Mal geschafft Ja, da hab ich zu viel Speed gehabt, da ist mein Auto durchgedreht Das hab ich vom ersten Mal, das hab ich mitgenommen Lol Das nenn ich mal Fail Da hat bei mir dieses Automatische nicht funktioniert Alter, der Flo macht das jetzt nicht, ne? Ich hab zwei Zuschauer Vielleicht ist einer davon der Flo Könnte sein Jetzt ist eine Einzuschauer wieder, Flo Was ist denn mit ihnen los, Mensch? Ich hab keine Ahnung, Mann Aber geht die Arsch wieder noch, ne? Ich glaub ja Zumindest sagt das die Party Ja Aber was wirklich tut, ist eine andere Frage Ja, die Party hängt ja auch am meisten hinterher, ne? Was so mit Angaben angeht Was so mit Angaben angeht Hey, was ist denn los, Mensch? Keine Ahnung Einfach wortlos weg Was ist denn los? Also ich... Flo, melde dich Wir machen uns Sorgen Wenn du den Livestream guckst, melde dich Jui erleichtigt sich sucht Bitte melde dich Vermisst Oh, da war das Ziel schon, oh! Scheiße! Ich bin auch gleich da Alter, Flo... Die Rest hab ich jetzt auch festig bei geschafft, Digga Ja? Ja Wenn mir geschrieben hat er schon mal nicht Ich geh nochmal kurz auf Flo Ich komm noch wieder Nein, bis auf das hier Fassig bei Ich fühle mich Du bist Du bist Du bist oder vorsicht ihr gemeldet ich werde mit der eigenen von uns beiden zu mir steht ein zuschauer das bin ich selber wollen mich ja auch ein zuschauer das bin ich was sind mit ihm los ich glaube er das alles gesagt hat er sich schon ausgelassen das nicht geschafft also er muss eigentlich auch gleich aufgeben sein handy ist anscheinend auch aus oder hat mich hier auf blog keine ahnung zuletzt an 21 54 ein handy ist anscheinend aus dass machen wir auch mal wieder zwei rennen gta rennen fertig das ist auch erst mal eine alex ne da läuft zeit wenn es ist läuft immer zeit die kannst du leider nicht verlängern also ich kann das renn 2 jetzt starten dann kann ich eine rauchen weil mir guckt definitiv einer zu flo wenn du das hörst bitte melde dich du ja leistig sucht wir vermissen dich bitte melde dich ich glaube ich muss man titel verändern wir suchen die flo ja ich glaube ich will hier eine rauchen und sehr 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 ich glaube das ist die map mir schocker auch einer zu zweiter zwei zuschauer jetzt änderung speichern bei mir ist weg bei mir sind zwei zuschauer also ich muss man bei mir jetzt mein titel gucken und das ist immer noch mal bei ihrem titel ja mache ich ja da fehlt noch was eine floh kann sein was bei mir zuschaut weil ich habe zwei zuschauer so wo haben wir dich denn ja chill 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 einen blick änderung speichern jetzt dürfte das richtig stehen mal gucken wo ich finde ja man müsste ganz oben stehen bin ja live ich bewege mich einmal ganz kurz ja mach das damit diese 13 minuten da sind bevor will ich wissen was du dazu sagst wir suchen dich floh wo bist du bitte melde dich und unten in den kommentaren ist auch den link zu deinem video aber da schreibe ich nachher noch was dazu mit dem kommentaren ne ja in der video beschreibung ja sehe ich gerade aber da schreibe ich später noch was dazu das ist ja morgen viel zuschauer aktuell ja jetzt wo ich eine rauchen will für mich verarschen egal wir fahren jetzt das rennen dann auch gerne so kommst du los und ja kaum ein titel geändert kommen sie alle das neue team Red Rooster und... The last game Das neue Team Kabumm Bis jetzt haben wir jeden Tag Bis jetzt haben wir zwei Tage einander Video getan Ja, können wir gerne täglich machen Habt kein Problem mit Auf jeden Fall so Also Leute ihr wisst Bescheid Ab heute kommen täglich neue Videos Bei Red Booster auf dem Kanal Seinen Link ist in der Videobeschreibung Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen Bei uns werden täglich neue Videos Aufgeladen, neue Maps Mal sehen, vielleicht holen wir uns auch mal ein paar Maps Von die Losers und testen die mal selber Genau Wer weiß, wer weiß, vielleicht schaffen wir die ja schneller Als die Losers Oder auch nicht Und wenn ihr bei dir auf dem Namen guckt steht der weiße Hai Das ist der Kollege von mir Und vom Alex Dreh dich, dreh dich, dreh dich Dreh dich, dreh dich Dreh dich, oh Menno Alter Muss wieder mehr GTA zocken Eindeutig Und ja Mert das auch cool Also Kling farb Auf jeden Fall Mal gucken, was als nächstes kommt Mal gucken, was als nächstes kommt als nächstes Update ich will ja unbedingt das polizei update haben was in der youtube hochladen gerade polizei update soll ich noch kommen ja sagen viele und ich bin neben dem punkt habe ja noch chancen aufzuholen nein ich bin auch noch vorbei man muss unten lang ich bin auch voll dran vorbei an dem punkt haben wir voll fies gemacht man denkt man hat es und dann geht auch mal ein punkt zu holen ich dachte auch gerade so schwer kann es doch nicht sein den punkt zu holen ja dachte ich ja auch ich verkrack sogar das hier digger was ist denn los alter und dann hast du komplett nur mal von vorne muss ich wieder schwung holen hier ja hier würde sonst runter und nicht springen nicht dein ernst alter ich bin schon wieder am punkt 2 geflogen nicht dein ernst digger doch ich bin gegen eine kante geflogen groß achten geschafft weil er nicht jetzt ist jetzt ist da ich habe ihn ich denke du musst nur unten lang ja bin ich doch wenn mich gegen die kante gestoßen und mich gedreht ach scheiße ich bin jetzt schon runde 2 also diesmal ist es echt eine kleine map das letzte rennen oder vorletzte weiß ich nicht ich habe den punkt aber aktuell immer noch drei zu schauen ich bedanke mich für euch könnt ihr mal den like button ich bin jetzt auch bei runde 2 angelangt ich bin jetzt auch bei runde 2 angelangt sag mal renne bist du auch bei uns bei den festivals mit nicht immer nicht immer aber ja immer cool ein festival zusammen dann in einem live stream ja kann man machen ja jetzt schaffen wir das fast frei oder was ja ja du bist jetzt alles fast frei ne jetzt sind die ganzen zuschauer wieder weg jetzt sind die ganzen zuschauer wieder weg ok hier war das fast frei soll ich ziel warten oder soll ich rein fahren mal warte mal kurz nochmal ich bin in der röhre ich bin grad in der röhre in der letzten ist das einer von deinen abonnenten der mich abonniert hat hier mc hartmann keine ahnung er macht let's plays ich hab den punkt kannst rein fahren ich komm von dran geflogen ja immer wieder ruhe ja da flogst du ja ja ich wusste ich wusste dass doch irgendwas kommt da wieder ja irgendwie da war noch eine da war noch eine die grad hoch gegangen ist ach da war noch ein paar mehr ich hab alle dafür gibst du Geld aus dafür gibst du Geld aus ich hab alle Haftbomben eingeschmissen über die komplette straße verteilt ob was das jetzt war es jetzt da rein ich glaub weiß ich nicht doch ne ne oder eigentlich nicht ne ne 1 kommt noch ne das 13 kommt jetzt dann kommt das 14 2 noch was ist denn mit dem flog jetzt los hat er sich die openbank gemeldet jetzt weiß ich nicht nein guck mal handy ne nein man auf keinsen nachigen kann man aber hm ja was los ist mit ihm was läuft falsch ich weiß nicht was mit dem los ist jetzt kommt 14 kannst du nicht sagen ja ich gehe dir mal schnell einer rauchen ne René ja mach ruhig alles klar bis gleich alle die eigentlich mach ruhig wo wenn er hoch wo 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 ja was ist noch auf dem fuhr ja was ist damit haben wir auch nicht kann man noch schreiben die nachrichten kommen noch an bei ihnen was ist denn los mit ihnen alex 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 Kittikiller Ja Moin Felix N. Du Kennen wir uns nicht ja nix du lümmel dein auto klauen natürlich auch die worten andy war es immer noch dieses doppel du schreibt der alter der alex schreibt mir grad live er schreibt um pimmel ich weiß es nicht na du darf ich dir vorstellen kannst du jetzt sagen was mit dem floh ich weiß auch nicht darf ich dir vorstellen das ist mein zweikanal ja der kitty killer muss mal gucken wie viele abonnenten ich darf ja und was machst du da auch geht ja dann lade ich doch meine lösschüsse hoch ach so guck ich mir noch an ja der wichser hat meine karre das geht nicht ja wieso nicht deswegen weil ja was schneller ist ich war ja 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 und ich war ja das ist nicht so 20p ein bisschen höher genau Alter wie stabil ist mein Auto dicker ganz ehrlich ich bin hier ausgewichen ich bin eben gerade durchgefahren ich bin hier explodiert ja das war diesmal easy ja das war easy so alles klar meine lieben leute das war's nochmal mit dem stream zwei stunden haben wir jetzt gestreamt und keine ahnung wie lange noch wir sehen uns morgen zum nächsten stream haut ihr rein was denn